Anflug-Delta A, reiben Sie Ihre Koordinaten durch. Einheit Delta C, ich habe Sie jetzt auf meinem Radar. Bitte folgen Sie weiteren Anweisungen. Bitte geben Sie Navigationskurs und Koordinaten frei. Negativ Delta C, warte auf Freigabe der Kommandoebene. Anflug-Ort steht noch nicht fest. Ich wiederhole negativ, bitte warten. Ich weiß es nicht, Andrea. Irgendetwas stimmt nicht. Ich weiß auch nicht. Ich bekomme einfach keine Freigabe für die... Alles in Ordnung, ich übernehme Appir. Aber ich bin doch gerade dabei, hier die Anflugkurse zu berechnen. Warum bekomme ich von der Kommandoebene keine Freigabe? Wozu, ich wiederhole mich nur ungern. Sie können gehen. Aber Sir... Fragen Sie doch, Herr Dr. Fallmacher, warum er mich nach drei Jahren guter Arbeit fristlos entlassen hat. Fragen Sie ihn doch. Gegen akute Klebatacken hilft ein Aroma-Body-Spray von Aldo Vandini. Reine ätherische Öle in erfrischenden Sommerkompositionen beleben und pflegen. Ilona, der Vamp. Während sich die meisten Menschen in der Stadt schon auf das wohlverdiente Wochenende freuen, mischen die zarten Hände der vier jungen Frauen. Die Frauenklicke glaubt, bei Lothar einfaches Spiel zu haben. Die direkte Anmache verunsichert den zurückhaltenden Jungbauern. Schwitzen ist die natürliche Reaktion des Körpers auf Hitze. Sozusagen unsere eingebaute Klimaanlage. Allerdings haben wir kein geschlossenes System. Damit der Kreislauf stabil bleibt, muss der Wasserverlust... Nicole? Ja, wollen Sie jetzt gerade mein Jusos essen? Guten Tag. Schönen guten Tag, Nicole Hafner. Kriminalpolizei, wir hätten noch Fragen an Sie. Die Kripo? Ja, ich bin Nicole Hafner. Was wollen Sie denn von mir? Das dauert nicht lange, das sind halt nur ein paar Fragen. Kennen Sie Herrn Stefan Heinzen? Ja, flüchtig. Wieso denn? Ach, flüchtig. Nach unseren Informationen hat er sich vor einiger Zeit geschwängert. Ja, okay, ich hatte mal was mit dem am Laufen gehabt. Aber schwanger bin ich von dem niemals gewesen. Wer verbreitet denn überhaupt solche Lügen? Und überhaupt, was ist mit Stefan? Hat er wieder Scheiße gebaut? Tut mir... Herr Bosswinkel, welche Neuheiten präsentieren Sie? Das Küken ist 26. Gerade mal drei Jahre älter. Ach, mein Bruder hat ein Problem. Er hat sich ganz heftig in der Harkov verliebt. Die Mami, die dich hält, sie konnte deinen Papa nur geschehen. Gleich kommt mein Traumtyp als Möller. Ich bin verheiratet. Sieh die Trauer zu. Sie dürfen weinen. Sie dürfen zornig sein. Oft fährt Philipp nach so einem Krach wieder zu seiner Geliebten. Er überschüttet sie förmlich mit Schmuck und gibt Unmengen für sie aus. Geld, das eigentlich für mich sein sollte. Aber nein, er mästet diese kleine Schlampe damit, als wäre sie eine Weihnachtsgans.